Hey und willkommen zu einer weiteren Runde PlayerUnknown's Battlegrounds heute Alleine, bewertet wie immer den Part und viel Spaß Und da sind wir auch schon in der ersten Runde, die ich alleine aufnehme Bin sehr gespannt wie das laufen wird, weil, naja, es gibt keine Teammates Und wenn ich einen töte, dann ist der futsch und ich hab erstmal keine Probleme mehr Oh, geil, oh, auch geil Waffe, ja, das braucht man Und Schüsse, das braucht man auch Ein Kompensator, ein Ska, oh, ist das geil Eine Weste, Stufe 2, was geht denn ab? Da hinten ist einer Scheiße Oh nein, vor allem ohne Aufsatz, ich hasse es Ich sehe ihn nicht Scheiße, wo ist der jetzt? Ah, da ist er Okay, hat er gesehen? Nein, er hat nicht gesehen, wo ich bin Er denkt, das kam von der anderen Seite Oh Gott, er ist oben Dich bekomme ich Ich hab ihn Oh Gott, hab ich scheiße geaimt Ich geh kurz rein, ich geh ganz kurz rein Bitte Nicht töten Ich frag mich, ob der ein Visier hatte Schmerzmittel Und das reicht erstmal Jetzt geh ich looten Mal gucken, vielleicht sterb ich auf dem Weg nach oben Hallo Alter, was ich hier für ein Ziel bin Achtfachsucher Alles klar Rucksackstufe 3 Okay Nice, nice, nice Oh Gott, was der alles hatte Der hatte einfach Achtfachsucher Oh nein, ich bin in der Bombenzone Bin ich überhaupt noch in der Zone? Ah, okay, okay Noch geht's mir gut Boah, Achtfacher ist echt so übertrieben Oh, jetzt kann ich so schön snipen Das ist cool Ich muss mich jetzt bewegen Ich geh jetzt einfach durch Scheiß drauf Wenn ich jetzt daran sterbe Dann bin ich halt selber schuld Oh nein Bitte Spiel, ich hab dir nichts getan, ja? Hinter mir ist einer Da ist er Ja, ich hab ihn Ich hab ihn Nachladen Und Weiter rennen Die Border kommt Scheiße, das werde ich niemals überleben Hier muss jetzt irgendwer Den Blick drauf haben Ich kann mir nicht vorstellen Dass da oben keiner abgammelt Und genau auf mich wartet Also ich würde das zumindest machen Wenn ich jetzt da oben wäre Ja, das würde ich Nein, die Border Sie ist jeden Moment da Oh, das Ding ist auch Ich bin so blind Also wenn ich was in Spielen nicht kann Dann ist es Gegner sichten Und das muss man hier Unfassbar gut können Bin immer noch nicht drin Da bei dem Baum müsste ich drin sein Dann leg ich mich da mal ganz kurz hin Nicht, dass mich hier einer Wegholt Okay Shit Also sicher bin ich hier definitiv nicht Fuck it Mal gucken, wohin sich die Border Definiert In welche Richtung Das sehe ich ja dann jetzt gleich Ich hoffe das Wird sich eher in meine Richtung Verkleinern Von da aus können immer noch Leute kommen So viel Damage bekommen die nicht Durch die Border Und es ist genau in der Mitte Na komm, ich renne einfach Wenn da irgendwer kommt, dann Ja genau Ja genau Nein Jetzt bin ich genau in der roten Zone Ach Leute Scheiße Ich, ich warte schon die ganze Zeit Darauf, dass ich hier weggeklatscht werde Nur irgendwie ist hier niemand Auch schade, dass ich den anderen Kill Gerade nicht looten konnte Ach du Heilige Ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller Gammelt ihr hier unten ab oder was? Zieht ihr hier gerade hoch? Es ist noch so ein weiter Weg Fuck Oh, mitten auf der Straße Ach du Scheiße Ich bin so tot Wenn da jetzt einer drin ist Mit einem Vierfach- oder Achtfach-Sucher Der wird mich instant wegholen Da könnten auch noch welche rumlungern Und ich höre die ersten Schüsse Oh, das ist hinter dem Hügel Ich muss jetzt aber einfach reinrennen Sonst kriege ich mich die Border Dann kann ich mal gucken Ob ich den Typen irgendwie treffen Oh Gott, da ist einer Ach du heilige Scheiße Ach du Scheiße Achtfach ist viel zu krass dafür Nein, nein, nein Schnell Vierfach bitte Danke Ist der Typ da hinten jetzt ausge... Ne, der ist einfach weitergefahren Okay Ist hier noch einer? Oh Der, der gerade ausgestiegen ist Schießt schon Aber wer war das hier gerade? Der lebt doch bestimmt noch Oh Gott Ja, er lebt noch Er lebt noch Ich weiß doch genau wo er ist Warum zeigt er sich so? Ja, ich hab ihn Und ich glaube Also entweder das war gerade Irgendwer anders noch Oder Das waren seine letzten Schüsse Ich hab gerade echt Ein bisschen Angst Dass das Noch irgendwer anders war Mal kurz gucken Was hatte der denn? Vielleicht hat der irgendwie Eine kleine Überraschung Für meinen Jull Oh nein Oh nein, ey Geht doch bitte einfach weg Eine M16-4 Die ist eigentlich besser als die AKM Glaube ich Okay, okay Ich renne Oh Gott Die Border Die Border Was tue ich denn jetzt? Ich hab auch kaum mehr Muni Für meine gute Waffe Da Oh, ja Kompensator Das ist sehr gut Das ist echt sehr gut Scheiße Und ich hab auch leider Kein Dingens mitgenommen Kein Rotpunktvisier Ich hab das andere Gerade weggeworfen Egal Erstmal gucken Dass ich hiermit Vielleicht noch jemanden töte 20 Leute leben noch Und mich jetzt wegzuholen Dürfte eigentlich kein Problem sein So offen wie ich jetzt Gerade reinrennen muss Achtfachsucher wäre optimal Warte Switch einmal Hin und her So Hallo Hinter mir Oh Gott Die Border kommt Shit, shit Nein Was ist das für ein dummes Feld Die werden da jetzt so reinrennen Wenn die da in einem Haus sind Ich bin so ein Opfer Ich kann hier einfach reingehen Cool Einfach mal Kurz Die Lage checken Da hinten hin Wird es reingehen Nein Das ist Oh Weiter rechts Scheiße Ist doch irgendwer Nachgekommen Sehe ich hier irgendwen Kann es sein Dass die Border Da hinten in der Lagerhalle ist Ja klar Lol Wenn da jetzt einer drin ist Oh Gott Warte mal Ach scheiße Ich kann von hier aus nicht zielen Ich schau mal kurz da rein Sieht man da irgendwas Nee Mist Von hinter mir Ja da könnte auch einer kommen Aber Bin ich gerade doch Guter Dinge Dass das nicht passieren wird Ich muss rennen Ich muss jetzt rennen So mitten auf dem offenen Kackfeld Leute Ist da einer Schnell zum Baum Schnell zum Baum Ich bin jetzt tot Das kann ich gar nicht überleben Ich lege mich mal kurz hin Vielleicht hat es ja keiner Beobachtet Ich muss aber eigentlich weiter rennen Da hinten ist einer Hab ihn Hab ihn Perfekt 16 Schuss nur noch Für die Waffe Nein 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 Ich habe keine Ahnung von wo Ich bin tot Ich bin tot Aber warum schießt er nicht weiter Oh die Border Die verfickte Border Das ist mein Ende Das ist sowas von mein Ende Da hinten ist einer Oh Gott Hab ihn 5 Kills Oh lol Scheiße Aber ich bin schon Ich bin jetzt schon zufrieden Mit allem was ich Geschafft habe Nur das da jetzt Da sind so viele Leute drin Ich sag's euch Irgendwo müssen die doch stecken Die ganzen Mollucks Ich kann hier genau An der Kante stehen Aber die können auch Hinter den ganzen Warte Sekunde ich geh mal hier Das ist glaube ich Etwas sicherer Nur wenn die halt da drin sind Das wär scheiße Sechs Leute noch Von da können sie auch kommen Oh Echt jetzt Ich Ich warte einfach mal Ich Lunger hier ein bisschen rum Ich hab immer noch Angst Vor dieser Scheiße da Gebäude Hä von wo Oh Gott Ne Eine Sanitätstasche Lohnt sich nicht Hä von Wo Scheiße Wahrscheinlich hinter mir Aus dem Gebäude Oder was Ach keine Ahnung Aber ich hab echt Viel viel mehr erreicht Als ich wollte Platz 5 Das Kann sich doch Sehen lassen Oh Gott Nein Ich schlag sie bitte Auch Ich schlag sie auch Komm ich Hau dich Ich hab ihn schon Ja klar Ich hab meins Ich hab meins Er hat sich rausgebackt Ich hab die Pistole Ich hab ihn Ich hab ihn Sie haben seine gekillt Ja Ist da jemand dran Ja da ist jemand dran Hab ihn Hab ihn Achso ich wurde angeschossen Ja von wo Von der rechten Seite aus Das war weiter rechts Vielleicht ist der Ne von links Von links Keine Ahnung von wo genau Scheiße Hä von wo Oh nein Du musst mich aufheben Ich muss das mal nachladen Warte 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 Lass mich Ja ich komm gleich dran Wer kommt da Scheiße Warum hat der mich Ach der hat dich getötet Tschö schlag ihn Schlag ihn Okay Bewerte den Part Schaut ihn die Videobeschreibung Da ist Zommel verlinkt Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss T soi Schau